Cerberus und stellen Sie dabei gleich fest, was Sie vorhaben. Wird erledigt. Hoffentlich. Hackett Ende. Anscheinend hat Sub-Restika nun einsatzfähig gemacht, Commander. Ich gehe wieder hoch und Sie mir an, ob Sie schießen. Tun Sie das. Hört sich ja ganz leicht an. Okay, das ist wieder eine Nebenmission von Hackett. Ah, Moment. Nee, doch nicht. Commander, ich habe Sichtkontakt zu einem Cerberus-Kreuz. Er kann nun nicht. Schuss von dem Weg frei. Wenn das Schiff in Pompadour aufs Reichweite kommen, hat der organische Widerstand ein Problem. Wir halten Sie im Auge, Lieutenant. Hört ihr an. Ich denke mal, wir müssen hier lang. Zum Surfe ich das. Wir sind auf dem richtigen Weg. Mal sehen Sie wieder. So, I don't have to answer, I don't have to answer. So, I don't have to answer. So, I don't have to answer, I don't have to answer, I don't have to answer. I don't have to answer. Das war's für heute. Kontrollzentrum gesichert. Übernehme Kanonsteuerung. Wir holen dieses Schiff vom Himmel. Sie ziehen den Stecker. Sie müssen die Energieversorgung wieder reinhalten. Dann los. Verstärkung der Bahnflug. Sie kommen sich ein. Ja, das sehe ich auch. Aber wir entscheiden uns lieber für das Rennen. Erledigt. Das ist für mich. So. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal an, dass wir hier zu Hause enden müssen. Okay. Hab ich doch. Das wird ziemlich klar, Commander. Ich habe die Energie auf die Hauptkonsolen umgeleitet. Bin jetzt auf dem Rückweg. Singen, Shepard. Halte Mama. Nicht die Art von Kuga, ich bin nicht mit dem Gerichter Tata. Du wurdest auch runtergeschubst, was? Friss die Granaten. Du hörst. Ja. Du hörst painful. Du hörst. Mir ist ein Detail. Jetzt hinten beim Arm Exactly und sind wir damit raschend. Was ist das? Kommandant, wo ist er haltet? Oder sie rum? Nein. Garonsteuerung wiederhergestellt. Zielerfassung aktiviert. Koordinaten, Lieutenant. Hochgeladen. Feuer. Direkter Steuervortreffer, Kommandant. Ziel bricht auseinander. Ich wiederhole direkter Treffer. Ein wunderschöner Anblick. Okay. Gute Arbeit von allen. Ja, gute Arbeit. Shepard, mit den kroganischen Kanonen hat Cerberus uns den strategischen Vorteil in diesem System gegeben. Der Feind zieht sich zurück, aber er wird versuchen, die Anlage zurückzuerobern. Wahrscheinlich. Ich schicke ein Allianz-Team zur Sicherung. Wir haben dank Ihnen in einer starken Verteidigungsposition Fuß gefasst. Das wird man gern. Gute Arbeit, Kommandant. Eckert Ende.